Hallo und herzlich willkommen. Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende und auch die Studierenden der CVTM-Hochschule und des CVTM-Kollegs in Kassel gehen in die Winterferien. Der gemeinsame Weihnachtsabschluss gehört zum Leben am Campus dazu und soll auf die Tage zwischen den Jahren und das Weihnachtsfest besinnen. Was ist überhaupt Weihnachten? Ist Weihnachten ein friedliches Familienfest? Und was ist dann mit den Menschen, die dieses Weihnachten nicht so feiern können? Ist Ihr Weihnachten weniger Weihnachten als unseres? Ein ereignisreiches Jahr mit vielen organisatorischen Herausforderungen liegt nun hinter dem CVTM-Kolleg und der CVTM-Hochschule. Aber der Stresstest wurde erfolgreich geschafft, so Frau Luhmeier, Direktorin des CVTM-Kollegs. Mit der weihnachtlichen Hoffnung, dass Jesus als Mensch auf unsere Welt kam, um Frieden und Erlösung zu bringen, verabschiedeten sich die Studierenden. Sie lassen den verschneiten Campus für ein paar Tage hinter sich, um mit neuer Kraft und Stärke im nächsten Jahr wiederzukommen.